Ready to fly, up to the sky, mit Lennart Amport, immer schön Längchen im Schatz, Jörg und Sohn! Hey, das ist ein Fahrrad! Berlin-Maske, da seid ihr gut Kameramann! Wie habt ihr Video gemacht? Wie habt ihr Kamera-Kolle? Wissen Sie, wie war das, Mann? Der Burger! Was geht an Berlin? Wuhuuu! Das sind wir moving jetzt! Nur Familie-Dreher! Oh! Oh mein Gott! Oh, ok, das war nie flüchtig, okay? Das war jetzt flüchtig! Da geht noch was! Da geht noch was! Da geht noch was! Das, meine Liege, war gar nix. Das waren 40 Meter und bezahlt hat er ja für 85 Meter. Achtung, fertig, es geht los, dann ballen wir mal. In Form ab, in Form ab, dann wollen wir mal, ready, steady, go for it. Wir schaffen das, mehr oder weniger. Jetzt geht's da und das ist dein Junge, ist der Tobe. Achtung, kenne ich, wir fangen mal an den Schwung, jetzt die Gebäude. Ich bin in der Runde. Jetzt wird die Karusse gefahren. Jo! Hallo. 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 Duft, duft, duft! Der Autobahn. Oh Mann, was so. Oh, da rappelt aber andersrum. Berlin! The Flyer is quite a way. Wie ließ das einfach? Wie ließ das? Von hier oben kannst du die neue Doku für WDR drehen. Ich steige da an, ich steige. Ich bin der Schwanker. Der Fall, der Fall, der Fall. Ohhhh. Der Ripp, der Ripp, der Ripp. Danke. Jetzt interessiert mich jetzt mal. Hier, guck mal. Wie leer da hinten. Früher ging das ja, bis hier hinten. Mittlerweile geht das da. Ja. Ja. Guck mal, wo die Wurstehen sitzt. Ich hoffe, du bist mit dem Nacken. Wurstehen? Ja. Ja, du bist mit dem Nebel. Ja. 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 Alarm. Da ist eine Autobahn. Das ist die A2. Und jetzt hat Alarm. Noch mehr Alarm. Ja. Haben wir so mal. Und da fährt Alarm. Ich frage, ob Alarm jetzt zu beim. Huh, guck mal, Alarm. Nein. Wir starten den Konto. Ha, 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 ha Was ist jetzt bei Hüfenangels los? So ist die Frage, ob wir da nochmal schnell hingehen können. Woah! 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 Woah!